Der How-to-Real-Estate-Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse. Herzlich willkommen beim How-to-Real-Estate-Podcast. Am Mikrofon begrüssen Sie meinen Gesprächspartner Robert Plantag. Hallo Michael. Mein Name ist Michael Mayer. Ich freue mich, haben Sie eingeschaltet. Das Thema der heutigen Folge lautet Makler unter Druck, eine Branche im Gegenwind. Und wir haben uns Inspiration geholt von einem Artikel, der kürzlich in der Handelszeitung erschienen ist. Kurzum zusammengefasst, der Titel des Artikels lautet Makler, eine Branche steht im Gegenwind. Und quasi einfach zusammengefasst, ob schon der Immobilienmarkt boomt, tut sich diese Berufsgruppe, diese Branche sehr schwer. Trotz hohen Preisen und die Gründe dafür sind zum einen Digitalisierung, zum einen einen sehr schlechten Ruf der ganzen Branche. Und der dritte Grund, der genannt wird, ist, dass einfach sehr grosse branchenfremde Player ihr Auge auf dieses Segment geworfen haben. Jetzt meine Frage zu Beginn an dich. Du sprichst, du kennst sehr viele Makler, die schon sehr lange in diesem Geschäft sind. Hörst du auch dort ähnliche Analysen, ähnliche Wasserstandsmeldungen oder ist der Artikel für dich nicht nachvollziehbar? Ja, klar. Ich bin ja selber schon sehr lange in der Branche. Jetzt sind es bald über zehn Jahre. Was diese Berufsgattung auch mit anderen Berufsgattungen, wie zum Beispiel den Bankern zusammen hat, dass sie halt immer jammern. Und das tun sie schon seit Jahren, nicht erst jetzt seit kurzem, wie der Artikel suggeriert. Das ist halt immer so, wenn du ein etabliertes Geschäftsmodell hast oder eine etablierte Berufsgruppe und dann verändert sich was, dann mögen das die Leute nicht, weil plötzlich muss man dann aktiv werden und sich vielleicht anpassen und was verändern, um immer noch die gleichen Erfolge zu erzielen. Und da hat sich schon einiges getan. Und während sich einiges getan hat, haben das auch einige verpasst. Und jetzt zur aktuellen Entwicklung, es ist tatsächlich so, für viele Makler da draussen wurde es definitiv nicht einfacher. Es gibt mehrere Angebote, es gibt mehrere Alternativen, es gibt viel mehr Makler oder solche, die sich Makler nennen. Und absolut auch das, was im Artikel steht, dass die Makler keinen guten Ruf haben, würde ich absolut so unterschreiben. Das ist so. Auch wir selber haben diverse Leute, die sich Makler nennen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, weil die einfach nicht seriös sind. Und deshalb kann ich das ganz gut nachvollziehen, dass die es im Moment doch ziemlich schwierig haben. Hast du das Gefühl, es liegt halt einfach ein bisschen auch daran, dass sie, also Makler sind ja, es gibt ja tausende von Maklern in der Schweiz und jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen, weil jeder Makler von sich ja behauptet, er hätte das beste Käufernetzwerk. Und es gibt ja zum einen halt wirklich sehr viele Makler, die sich selber schon quasi in Schanzen kriegen, verschachteln. Und auf der anderen Seite werden sie halt auch von digitalen Lösungen jetzt überrollt, weil, okay, es ist ja schön und gut, wenn ich mein eigenes Notizbüchchen mache und genau weiss, wer meine Kunden sind. Aber wenn halt wirklich Plattformen wie Crowdhouse auch, aber wir kommen später noch zurück, wie wir unsere Position in der ganzen Geschichte sehen, kommen, dann wird der Druck halt höher. Ja, absolut. Und ich meine, guck, es ist absolut gerechtfertigt. Ich finde das richtig gut, wenn da mal ein bisschen was durchgespült wird und wieder ein bisschen böses Blut gewaschen wird, weil, weißt du, weil der Immobilienmarkt ja so geboomt hat, haben sich plötzlich Leute in diese Branche gestürzt, die absolut oder keine Ahnung oder sehr wenig Ahnung haben. Und das sind nicht nur Makler, das sind auch Leute, die bauen oder die nennen sich GU oder TU oder Immobilienentwickler und denen sollte man eigentlich die Hände abschneiden, wenn sie in die Nähe von einer Immobilie oder von einem Immobilienplan kommen. Die Leute gehören nicht in die Branche, weil die einfach nicht sauber arbeiten. Aber du weißt halt, die Gier, die ist immer groß und das zieht halt die Fliegen an, die Schmalzfliegen. Und jetzt, wenn es da mal ein bisschen eine Bereinigung gibt und am Ende eigentlich die Guten, die wirklich eine gute Dienstleistung erbringen, dann überleben oder daraus hervorgehen, dann finde ich das eigentlich eine gute Entwicklung am Markt. Wenn wir nochmal kurz auf den Ruf zu sprechen kommen, wir haben das auch schon diskutiert, so klassische Dinge, wo man wirklich sagt, das sind halt einfach wirklich Dinge, die Makler oder schlechte Makler sehr oft probieren. Eines, was du gesagt hast, ist dieses klassische Trittbrettfahren. Das ist etwas, was man sehr oft sieht, dass man quasi sich mal anschaut, was für Objekte online sind und man nimmt die sich einfach und man offeriert die mal irgendwie seinen Kunden im Netzwerk aus der puren Hoffnung eigentlich heraus. Ja, wenn ich dann wirklich einen Interessenten finde, dann werde ich schon alle beteiligten Parteien dazu überreden können, um den Deal abzuschliessen und dann auch mein Stückchen vom Kugel zu ergattern. Das ist sicherlich etwas. Das andere, was ich oft sehe, ist, und ich habe das schon in einer anderen Podcast-Folge, zum Beispiel auch mit Zürichsor bis International Realty, auch angesprochen ist, ich sehe häufig Maklerangebote, die Angebote zu Immobilienpreisen vertreten, wo sie eigentlich, wenn sie ehrlich mit sich selber sind, einfach dem Kunden hätten sagen müssen, zu dem Preis gibt es einfach keine faire Chance, dass du das verkaufst. Und sie machen es trotzdem, weil sie sagen, du bist ja nicht meine Immobilie, wenn ich einen blöden finde, dann gut und recht. Aber was sie schlussendlich damit machen, ist den Kunden eigentlich mehr oder weniger die Liegenschaft verbrennen und kaputt machen. Ja, es gibt ja beides. Es gibt ja auch Verkäufer, denen kannst du sagen, dass der Preis zu hoch angesetzt ist und die sagen, ja, dann mach halt das Mandat nicht. Und quasi, ja gut, wenn du mir den Preis nicht erzielst, dann brauche ich auch keinen Makler, dann verkaufe ich selber. Das ist schon ein bisschen, da würde ich schon ein bisschen distanziert angehen. Es sind nicht immer nur die Makler, die die Leute dazu drängen. Es ist einfach ab und zu wirklich von Seiten Verkäuferschaft völlig überzogene, überrissene Vorstellungen. Und da gibt es halt solche Makler, die dann so verzweifelt sind und das dann trotzdem machen. Und natürlich gibt es auch den Fall, den du jetzt geschildert hast, wo ein Makler halt den Verkäufer dazu drängt, der vielleicht gar nicht verkaufen möchte und sagt, ja, aber guck, wenn ich dir den Preis realisiere, machst du es dann. Und dann passiert eigentlich genau das, was du gesagt hast, dass die Immobilie dann durch den Kakao gezogen wird und am Schluss der Wert komplett kaputt gemacht ist. Und die Makler haben halt dann die Hoffnung, dass, ja komm, vielleicht schaffe ich es ja dann, wenn ich einen Interessenten habe und der zahlt ein bisschen weniger, dass ich dann den Eigentümer dazu bringe, doch noch den Preis nach unten zu korrigieren und doch noch mein Honorar zu bekommen. Und da möchte ich ein bisschen ausholen, weil, man muss sich das so vorstellen, weißt du, wieso gibt es denn eigentlich so viele Leute, die sich Makler nennen und die versuchen, da einen Fuss reinzukriegen? Man überlegt mal, wir reden in der Regel von 3% Vermittlungskommission, die so ein Makler bekommen kann. Und jetzt, oder überleg mal, du verkaufst ein Haus für 5 Millionen, ein Mehrfamilienhaus, das sind irgendwo 150.000 Franken, die du potenziell als Honorar generieren kannst. Ich meine, das ist schon ein verdammt guter Jahreslohn, 150.000 Franken und dafür hast du in ganzen zwölf Monaten ein Haus verkauft. Und die Leute versuchen sich halt dann als Glücksritter in dem Metier und versuchen halt alles Mögliche und versprechen sich, weiss Gott, was daraus und sagen, ja gut, wenn ich auch nur ein Haus in dem Jahr verkaufe, habe ich es ja geschafft. Und deshalb fangen sie dann an, so komische Methoden anzuwenden mit Hoffnung und kommen, da muss nur eins fallen und dann klappt das, oder? Auch weil es keine Einstiegshürden gibt, weil Makler ist kein geschützter Beruf, sie brauchen keine Ausbildung, sie können sofort ihr eigenes Maklerbüro aufmachen und damit loslegen. Ja, sie müssen ja nicht mal ihr Maklerbüro aufmachen, sie können, keine Ahnung was, sie können tagsüber im Restaurant arbeiten und abends noch ein paar Telefone machen und E-Mails verschicken und Häuser vermitteln. Also ich meine, du kannst jetzt jemanden hier unten auf der Straße nehmen und der kann irgendwie hören, dass jemand ein Haus verkauft und der kann das halt einfach jemandem schicken und sagen, hey guck, wenn du das kaufst, dann möchte ich ein Honorar haben. Und was ich auch schon gehört habe, ist, dass die Leute halt sagen, ja, drei Prozent, das ist ja mega viel, da verdient die ja beim Verkauf so einer Liegenschaft, verdient die ja schnell mal zwei, dreihunderttausend Franken und wenn man das dann auf die Stunden runterbricht, das ist doch ein super hoher Stundensatz und wenn man das so anschaut und wenn man halt schaut, dass jemand halt wirklich, wie ich es jetzt gesagt habe, einfach irgendeine Immobilie, eine Adresse nimmt und die jemandem schickt, da gebe ich da absolut recht. Aber weißt du, damit du ein erfolgreiches Maklerunternehmen bist, musst du so viel Zeit und Geld investieren, um dir den Kundenstamm aufzubauen, um dir eine Reputation aufzubauen, um Systeme zu haben, um Verbindungen zu haben, um die richtigen Objekte zu bekommen und weil halt der Markt so nachgefragt ist, verkaufst du halt nicht jeden Tag ein Haus. Weißt du, wenn das Volumen viel höher wäre und du könntest jeden Tag ein Haus verkaufen, würden diese Provisionen automatisch natürlich auch nach unten gehen, aber durch halt den Fall, dass es sehr schwer ist, auch überhaupt ein Mandat zu bekommen für eine Liegenschaft, die auch wirklich gut ist und die dann zu verkaufen, musst du entsprechend halt das Honorar höher ansetzen, damit sich überhaupt die ganzen Umtriebe, die du als seriöser Makler betreiben musst, um dann wirklich, wenn du so ein Mandat hast, das auch sauber zu machen und auch einen sauberen Kundenstamm zu haben, musst du das Honorar bei solchen Prozentsätzen haben, weil sonst geht es nicht. Und du darfst halt nicht nur die Stunden zählen, die du spezifisch für dieses Haus verwendet hast, du müsstest theoretisch all die Stunden zählen, die du generell aufgewendet hast in der Akquise, um überhaupt an ein Mandat zu kommen, all die Stunden, die du aufgewendet hast, um ein Käufernetzwerk aufzubauen und all das Geld, was du eigentlich auch ausgegeben hast für Marketing und so weiter. Und wenn man sich das dann anschaut, dann ist es plötzlich auch plausibel, wieso, dass man das dann bekommt. Sprechen wir über zwei verschiedene, meines Erachtens wichtige zwei Unterscheidungen, sprechen wir denn hier von Eigenheimvermittlung oder von Renditeimmobilienvermittlung, weil ich denke, wenn es da um den Verkauf geht, und wir haben das auch schon mehrmals diskutiert, das sind halt einfach, wie man auf Schweizerisch sagt, zwei Bärli-Schuhe. Und man sieht halt einfach, ich habe oft das Gefühl, bei etablierten Marken auch, die sich auf Eigenheime spezialisiert sind, dass sie dann halt irgendwo mal auch ein Renditeobjekt bekommen und dann das halt irgendwie so nebenbei verkaufen wollen, aber eigentlich sich dessen entweder nicht bewusst sind oder einfach nicht die Mittel zur Verfügung haben, um dieses Renditeobjekt halt wirklich professionell als Renditeobjekt anzubieten. Also für dich die Frage wäre eigentlich, haben Makler in diesen beiden Welten, Eigenheim und Renditeimmobilien, haben die unterschiedliche Funktionen und gibt es überhaupt Makler, die sich wirklich ausschliesslich auf Renditeobjekte konzentrieren? Absolut. Also erstens, es ist ein sehr unterschiedliches Geschäftsfeld, sehr unterschiedliche Klientel und auch die Abwicklung einer solchen Transaktion ist eigentlich komplett anders. Die einzigen beiden Sachen, die die gemein haben, ist, es handelt sich um eine Immobilie und irgendwo muss man am Schluss was beim Notar beurkunden, um im Grundbuch eingetragen zu werden, aber der Rest ist komplett unterschiedlich. Wir haben uns seit Anbeginn von Kratos ja schon immer nur auf Renditeimmobilien konzentriert und wir wären auch absolut die falsche Adresse, wenn jemand mit Hilfe von Kratos oder wie auch immer irgendwie selbstbewohnt eine Wohnung verkaufen will, weil dazu haben wir die Klientel nicht, wir sind nicht da, ich sage jetzt mal, ausgerichtet auf dieses Segment. Es ist nicht unser Ding und genauso sollte jemand, der eigentlich spezialisiert ist auf selbstbewohnte Liegenschaften, der sollte keine Renditeimmobilien verkaufen. Natürlich ist es dann halt auch für die Leute lukrativ und es macht ja irgendwo durch auch Sinn oder du hast vielleicht jemand, der verkauft sein Einfamilienhaus und ist dann happy mit dir als Makler und sagt dir, das hast du gut gemacht, Micky. Übrigens, ich habe da noch ein Mehrfamilienhaus, das ich geerbt habe, kannst du mir das auch verkaufen und da wirst du nicht Nein sagen als Makler. Ist aber nicht die beste Wahl. Und auf deine zweite Frage, es gibt Makler, die sind genauso wie wir spezialisiert auf Rendite-Liegenschaften und es gibt auch grössere, seriöse Maklerunternehmen, die haben auch eigene Abteilungen für Rendite-Liegenschaften, wie zum Beispiel eine Waldepartner, die hat ja ein eigenes Team, was sich eigentlich nur mit Rendite-Liegenschaften befasst und so ist es dann halt auch richtig gemacht. Kommen wir auf einen Punkt des Artikels zu sprechen, weil da wird eine ganz bestimmte Form von Online-Plattformen angesprochen, die den Makler momentan extrem Druck macht und das sind sogenannte Pauschal-Plattformen, nenne ich die mal. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel Neo-CH. Die Funktionsweise oder die Bewerbung ist relativ einfach. Sie sagen, hey, bei uns gibt es eigentlich eine Pauschalgebühr, egal wie gross deine Liegenschaft ist, egal wo deine Liegenschaft ist, bei uns zahlst du, keine Ahnung, neun, zehntausend Franken, Flatrate. Und das ist natürlich eine sehr aggressive Herangehensweise an den Markt, bei denen auch viele unerfahrene Verkäufe vielleicht denken, ja okay, tönt gut, mich hat es so oder so ein bisschen schockiert, was einen traditionellen Makler eigentlich für ein Haus nimmt, also gehe ich eigentlich zu denen. und deren Argument ist auch, hey, bei uns zahlst du nur neun tausend Franken, für was brauchst du eigentlich wirklich noch einen traditionellen Makler, der dir eigentlich viel zu viel berechnet. Das ist natürlich für, und die haben eine grosse Reichweite, die setzen sehr viel Geld für TV-Werbung ein, das ist natürlich, wenn sie privat, als Einzelunternehmer, Makler sind, eine heftige Front, gegen die sie da ankämpfen müssen. Ja, absolut, also uns hat das nie gross tangiert, weil die genannten Unternehmen sich eben berechtigterweise mehr im Bereich von selbstbewohnten Wohnungen bewegen und da gehören sie absolut hin, also ich würde denen niemals eine Rendite-Legenschaft zu verkaufen geben, ich würde denen auch nie mein Einfamilienhaus oder mein Stockwerkeigentum zu verkaufen geben und hier habe ich aber einen bisschen anderen Standpunkt, als jetzt im Artikel geschildert. Oder im Artikel kam ein bisschen, altbewährte, altbewährte Personen aus der Branche zu Wortmeldungen und die haben dann gesagt, ja, das kann keine Qualität sein und wer Qualität will, geht zum Makler und so und was ich nicht möchte, ist ins gleiche Horn blasen und alles was Neues verteufeln, weil auch wir waren mal neu und auch da gab es und gibt es immer noch Leute, die verteufeln auch Crowdhouse, weil wir das ein bisschen anders und besser machen als die anderen, aber im Grundsatz musst du dir das so vorstellen, du hast zwar eine Flatrate, das ist korrekt, in der Regel geht die auch auf Einheit, also quasi auf Wohnung, das heißt, wenn du dann ein Mehrfamilienhaus hast, mit zehn Wohnungen sind es dann schon nicht mehr 9000, das sind dann 90.000 und dann verlangen sie auch noch was für jeden Parkplatz und jeden Nebenraum, das ist dann im Kleingedruckten und das ist ja mal das eine, also weißt du, du hast eine Bauernfängerei, weißt du, mit deiner Werbung, da holst du die Leute, da kommen sie und dann erleben sie ihr blaues Wunder, aber was man aufpassen muss ist, ich meine, das sind ja keine, wie soll ich hier sagen, das sind ja keine, keine Stiftungen mit wohltätigem Zweck, das sind Unternehmen, die müssen auch wachsen, die müssen irgendwann Gewinne schreiben, obwohl ich bezweifle, dass sie das jemals tun werden, aber sie müssen es irgendwo machen und steht sicher in ihren wahnsinnigen Businessplänen, dass sie irgendwann viel Gewinn machen, aber rechne das mal hoch, dieses Volumen, was du drehen müsstest, das Personal, was du beschäftigen musst, um so ein Volumen zu drehen, ich glaube nicht, dass das profitabel zu machen ist, nicht auf die Dauer, heißt also, die Qualität leidet drunter und was heißt, die Qualität leidet drunter, das heißt, ich sage denen mal, hey guck, ich will für meine Wohnung 900.000 haben, dann sagt der Makler von so einer Plattform, ja, mache ich dir, kostet 9.000 Franken, geht dann raus, kriegt keine Angebote oder kriegt Angebote drunter und irgendwann, und das habe ich effektiv so von Mitarbeitern von diesen Unternehmen, weil ich kenne ja ein paar, die da arbeiten, gehört, die gehen dann da hin und die versuchen dann um jeden Preis, dich als Eigentümer runterzudrücken mit dem Preis, weil er muss einfach seine 9.000 Franken bekommen und die haben so einen enormen Umsatzdruck in diesen Firmen, die müssen um jeden Preis verkaufen und weißt du, und dann frage ich dich, Micky, ist es denn in deinem Interesse, dass du zwar eine Flatrate zahlst von 9.000, aber am Schluss musst du dein Objekt für 100.000 weniger verkaufen, hättest du dann nicht lieber vielleicht ein bisschen mehr an einem seriösen Makler bezahlt, also, wir auch gar nicht sagen, dass die unseriös sind, sie haben einfach mehr Druck, sie müssen mehr auf Masse gehen und das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, weißt du, wenn ein normaler Makler mit 5, 6 Transaktionen eigentlich pro Jahr genug verdient, um zu überleben, kann er sich ja auch die Zeit nehmen für diese 5, 6 Transaktionen und wenn jemand dann bei, wie die auch immer heißen, pro Monat 20 so Deals machen muss, damit der sich überhaupt rechnet, nur schon seine Lohnkosten und das Unternehmen muss ja noch verdienen und die TV-Werbung muss bezahlt sein, da wird er halt unendlich Druck aufsetzen, damit du trotzdem verkaufst und ich finde das einfach nicht gut. Ich finde das nicht gut für einen Eigentümer und deshalb würde ich es nicht machen und nicht, weil es ein neues Modell ist. Grundsätzlich, wie die vorgehen, wenn sie das einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen noch mehr auf Qualität ausrichten und vielleicht das Business-Modell dahingehend ein bisschen anpassen, kann das eine gute Sache sein, weißt du, weil sonst eigentlich, der Ansatz ist ja nicht schlecht. Einfach dieses Pauschale, alles darüber machen zu wollen, finde ich den falschen Ansatz und die falsche Strategie. Crowdhouse ist auch eine Online-Plattform, das ist meine Frage zum Schluss. Wie siehst du, dass sich Crowdhouse innerhalb dieser Markler-Dynamik im aktuellen Marktumfeld positioniert? Sind wir Konkurrenten? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wir haben absolut gar nichts mit diesen Plattformen gemein, weder sind wir Konkurrenten noch Mitbewerber noch sonst was. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir sind nicht günstig. Wir verlangen in der Regel mindestens diese 3%. Wir sind sehr selektiv, welche Mandate wir nehmen. Wir würden nie ein Mandat annehmen, wo wir wissen, dass der Preis nicht realistisch ist oder nicht fair ist, weil wir haben ja auch eine Verantwortung gegenüber dem Käufer, nicht nur gegenüber dem Verkäufer. Irgendwo durch. Weißt du, was ich meine? Willst du ja mittel- und langfristig eine gute Reputation haben und du willst nicht, dass einen Monat später der Käufer kommt und sagt, hey, da habe ich das Ding völlig überzahlt. Das heißt, es muss fair sein für beide Parteien und da kann man mit Schätzungen und relativ viel machen und gucken, dass man sich da gut in der Mitte findet. Das heißt, wir haben eigentlich nie dieses Price-Dumping betrieben und wir haben immer mehr auf Qualität anstatt auf Quantität gesetzt. Was wir aber machen ist, unsere Online-Plattform ist eigentlich so ausgerichtet, dass sie nicht nur für uns, sondern auch für dritte Makler, die diese Plattform benutzen und auch benutzen sollen und ich erkläre gleich auch, warum. Eigentlich haben wir alles, was online besser geht als händisch oder was ein Mensch macht, haben wir an die Plattform outgesourced. Das heißt, egal wie groß dein Netzwerk ist, du als Mensch kannst kein Netzwerk von 60.000 potenziellen Käuferinteressenten genauso gut managen wie eine Online-Plattform mit Algorithmen dahinter, mit Profilen, die da automatisch gematcht werden, wo du genau siehst, wer sucht was. Also, ich sage jetzt mal, so eine große Reichweite, das kriegen wir nur mit unserer Plattform hin und das kann kein Makler. Die ganze Standardisierung vom Transaktionsprozess, aber auch das Qualitätsniveau, was wir verlangen an Dokumenten, die hochgeladen werden müssen, an Bestätigungen, dass die Liegenschaft effektiv zum Verkauf steht, dass da effektiv ein Mandat besteht, aber genauso auch Qualitätsmerkmale bei Käufern, dass wir nur qualifizierte Käufer bei uns auf der Plattform haben, das ist Qualität, das willst du haben, insbesondere im Renditeimmobilienbereich, weil ich sage jetzt mal, da ist die Zeit immer noch dein wichtigstes Gut, ob du jetzt Immobilieninvestor bist oder Immobilienverkäufer, du willst nicht 50 Besichtigungen machen und 49 davon sind andere Makler und Leute, die kein Geld dafür haben, sondern du willst am liebsten eine Besichtigung machen und das mit der richtigen Partei und dann die Transaktion durchführen und darauf zielt unsere Plattform ab, also Reichweite, Standardisierung und Professionalisierung der Prozesse und Qualität. Vor allem auch Diskretion, das ist sicherlich auch ein reiner Punkt. Absolut, absolut, also auch hier Diskretion, auf unsere Plattform kommst du nur, wenn du dich registrierst und drauf bleiben kannst du nur, wenn wir dich qualifizieren. Das heißt, anders als irgendwie bei Homegate und Immoscout, wo halt jeder ins Rad zieht, sehen es bei uns nur qualifizierte Leute und wir haben auch die Funktion, dass wir Objekte online schalten können, aber quasi offline, also quasi nur mit privaten Links, die dann wirklich nur nochmal qualifiziertere Leute bekommen und das ist eigentlich der große Unterschied. Und jetzt kommt es. All die Arbeit, wo eigentlich das Fachwissen und eigentlich die Person relevant ist, Beratung, Besichtigung vor Ort, Einschätzung eines Objektes, Bewertung, Due Diligence, Sorgfaltsprüfung auf Deutsch, das machen bei uns immer noch Menschen, weil wir einfach glauben, da ist der Mensch, der professionelle Makler immer noch besser und deshalb glaube ich, dass das Modell, wie wir es fahren, absolut Zukunft hat und ich glaube auch, es ist das richtige Modell für all die Makler, die wir erwähnt haben, die jetzt drunter leiden unter den Online-Angeboten oder die drunter unter diesem ganzen Druck leiden, kommt zu uns auf die Plattform, registriert euch, nutzt doch diese Plattform im Moment, bis Ende Jahr ist sie auch noch kostenlos für Dritte. Das heißt, sei es ein Eigentümer, der kann selber kostenlos inserieren und verkaufen oder ein dritter Makler und denen geben wir genau das. Wir geben ihnen Reichweite, Diskretion, Qualität, Effizienz und Profitabilität und die persönliche Beziehung können sie aber nach wie vor haben und die Besichtigung selber machen und deshalb finde ich, das ist die richtige Lösung für die Branche, die wir hier entwickelt haben. Ich kann das insofern unterstützen. Für mich ist Crowdhouse ein Powerboost, eben für Markter, die vielleicht eher spezialisiert sind auf Eigenheibe, ihr Netzwerk nicht ausgerichtet haben auf Rendite im Mobiliens. Für solche Leute ist Crowdhouse eine sehr gute Plattform, um wirklich, wie du gesagt hast, schnell an mehr Reichweite zu kommen und den Deal professionell abzuwickeln. Und für die Makler halt, die sich auch wirklich auf Renditeimmobilien spezialisiert haben, ich meine, wir geben ja jedes Jahr Millionen aus, um diese Softwareplattform weiterzuentwickeln. Und ich meine, es macht einfach keinen Sinn, dass jeder Makler irgendwelche eigenen Marktplätze und Transaktionsplattformen baut. Erstens können sie es nicht und zweitens macht es nur schon ökonomisch keinen Sinn und wir bauen ja eine Plattform für alle. Das heisst, auch die, die sich auf Renditeimmobilien spezialisiert haben, kriegen bei uns ein fantastisches Angebot. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcastkanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch oder dem Kanal Ihrer Wahl.